Schwarz-Weiß Kapitel 34 Zwischenspiel Was habt ihr denn nun beschlossen? fragte Harry seinen Mann, als alle beim Abendessen zusammensaßen. Als erstes wird jede Ehe der Mephistikos genau überprüft, um zu klären, ob wirklich alle freiwillig geschlossen wurden. Das wird Mrs. Bones vom Familienrecht überprüfen. Dann werden die Satzungen der Bruderschaft geprüft und auch dieses Ritual, auf das die Mitglieder ja so stolz sind, wird genauer in Augenschein genommen. Ich denke, dass wir da bereits mehr als nur genug illegale Aktivitäten finden werden, um den Verein dicht zu machen. Außerdem will ich diese Mistkerle nicht nach Azkaban bringen, sondern etwas tun, das ihnen viel mehr wehtun wird. Und was genau schwebt ihr da vor? Severus' Lächeln wurde kalt und auch die anderen drei hatten ziemlich unheilverkündende Gesichtsausdrücke. Ich gedenke ihnen, ihre Magie zu entziehen und sie aus der Zauberwelt zu verstoßen. Am ganzen Tisch wurde laut die Luft eingezogen. Es gab für Zauberer nichts Schlimmeres, als aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Dieses Schicksal erlitten normalerweise nicht mal Straftäter, die ihre Strafe abgesessen hatten. Aber es gibt doch ohnehin schon so wenig Zauberer. Ist es da nicht kontraproduktiv, wenn man diese Zahl noch weiter dezimiert? Hermine war sich nicht ganz sicher, ob sie ihrem Professor in dem Punkt zustimmen konnte. Das Ministerium diskutierte doch jetzt schon über ein neues Gesetz, das sogenannte Zwei-Kinder-Programm. Jedes Paar wäre demzufolge dazu verpflichtet, mindestens zwei Kinder in die Welt zu setzen. Darüber brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Fast jedes Mitglied der Mephistikos hat bereits Kinder. Das ist sogar Voraussetzung, um in diesem Verein bleiben zu dürfen. Jeder hat eine gewisse Zeit, um für Nachwuchs zu sorgen. Gibt es den nicht, wird die Mitgliedschaft gekündigt. Das ist ja auch der Grund, warum wir annehmen, dass die meisten Ehen nicht ganz freiwillig sind. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Das Ministerium versucht doch alles, um aus den beiden Profit zu schlagen. Wäre es da nicht für die von Vorteil, wenn wir diesen obskuren Club beitreten und fleißig für Nachwuchs sorgen? Also, was bringt euch auf den Gedanken, dass Fatsch euch bei dieser Vendetta unterstützen wird? Nun meldete sich Remus zu Wort. Ganz einfach, weil sie keine andere Wahl haben. Magische Wesen werden von dem Gesetz her sehr geschützt. Das bedeutet, dass der Partner eines solchen Wesens fast uneingeschränkte Macht hat, wenn es darum geht, diesen zu schützen. Je seltener das Wesen, umso mehr Rechte hat es. Mit anderen Worten, in diesem Fall hat sich das Mysterium selbst ausgebremst. Und sie können die Gesetze nicht einfach umkrempeln? Nein, es sei denn, sie wollen die Magie vernichten. Denn das war ursprünglich der Grund für den Schutz der magischen Wesen, weil sie die Magie vermehrt haben. Einfach nur, indem sie da sind. Sirius schien genau dieser Punkt unglaubliche Genugtuung zu verschaffen. Endlich musste die Gesellschaft mal etwas für sein Patenkind tun. Bis jetzt war es ja immer umgekehrt gewesen. Harry hingegen runzelte die Stirn. Severus konnte an der gesamten Körperhaltung seines Kitten sehen, dass ihm etwas überhaupt nicht gefiel. Auch Luna schien es bemerkt zu haben. Na los, sag schon, Bruder, was liegt dir quer? Diese heuchlerische Gesellschaft und ihre selbstgerechte Art. Ich meine, Wehrwölfe und Zentauren sind auch magische Wesen. Sie werden allerdings behandelt wie etwas Böses. Und es gibt noch eine ganze Liste solcher Wesen, die fast rechtlos sind. Sollte ein Gesetz nicht für alle gelten? Hilfesuchend blickte Harry zu Remus. Der Wehrwolf verstand seinen Welpen nur zu gut. Vor allem, da der Katzenjunge mit sehr vielen magischen Wesen befreundet war, hatte er aufgrund der besseren Rechte vermutlich ein schlechtes Gewissen. Du hast recht. Eigentlich müsste das Ministerium alle Wesen gleich behandeln. Aber sie haben sich, wie überall, nur das herausgesucht, was für sie von Vorteil ist. Und das, obwohl wir alle, Wehrtiere, Riesen, Wassermenschen, die Magie erhöhen. Harry schnaubte nur und versuchte sich dadurch zu beruhigen, dass er Igel fütterte. Luna strich ihrem Bruder über den Arm und auch Severus legte seine Hand auf den Rücken des Jungen. Das schien zu wirken. Langsam wurde Harry ruhiger. Vielleicht können wir ja dafür sorgen, dass auch ihr die gleichen Rechte habt. Immerhin brauchen wir ja nur anzudeuten, dass Riddle dann keine mehr für seine Armee ködern kann. Harry hatte genug gelesen, um zu wissen, dass die fehlenden Rechte für die Wesen genau der Grund war, warum diese damals im Krieg für die dunkle Seite gekämpft hatten. Auch wenn Harry klar war, dass Riddle sich nie an ein solches Versprechen gehalten hätte. Ja, es wurde wohl Zeit, sich genau über die Gesetze der Zauberwelt zu informieren. Zum Glück hatte er sich genug Bücher zu diesem Thema gekauft. Severus war der Meinung, dass sein Kleiner fürs Erste genug gegrübelt hatte. Was habt ihr eigentlich nach eurem Nahrungsexperiment noch gemacht? Sofort erhellte sich Harrys Miene wieder. Wir haben für Igel ein Vogelhaus gebaut, damit er nicht immer auf meinem Kopf residieren muss. Und eines muss ich den Zwillingen lassen, sie sind handwerklich äußerst geschickt. Das kleine Häuschen würde wohl jedem gefallen. Und auch die Inneneinrichtung lässt nichts zu wünschen übrig. Und dann hat Fred auch noch eine Vorrichtung angebracht, in der man Wasser und Futter unterbringen kann. Einfach großartig. Die Zwillinge grinsten stolz. Naja, nach dem, was ihr übrigens da fabriziert habt, mussten wir ja eingreifen. Der arme Nager hätte bei euren Bauwerken einen glatten Herzinfarkt bekommen. Das war mehr ein Gruselhaus als alles andere. George hatte recht. Weder Luna noch das Griff-Trio war sonderlich begabt, wenn es um Holzarbeit ging. Harry hatte das Ding so windschief zusammengebaut, dass man davon seekrank wurde. Lunas Haus hatte mehr Ähnlichkeit mit einem kubistischen Gemälde. Und was Ron und Hermine betraf, Ersterer hatte bei seinem Versuch den Eingang vergessen und Hermine hatte sich ihre eigene Hand ans Holz geklebt. Also war es nur gut, dass die Zwillinge eingegriffen hatten. Natürlich erst, nachdem sie sich über die Jüngeren lustig gemacht hatten. Auch der Rest der Tischgesellschaft hatte sichtlichen Spaß an den Erzählungen über die Bauchversuche. Und zum Schluss konnte keiner mehr ernst bleiben, womit Severus' Versuch, die Stimmung zu heben, ein voller Erfolg war. Du, Severus? Ja. Es war bereits Abend und Harry und sein Mann machten es sich gerade gemütlich. Harry hatte vorhin Igels neue Residenz an der Vogelstange angebracht. Hedwig war sogar so nett gewesen, einige weiche Federdaunen für das Nest zu spenden, was dem Kleinen sichtlich gefallen hatte. Die Schlafmaus machte nun ihren Namen alle Ehre. Harry setzte sich mit einem seiner Notizbücher Severus gegenüber aufs Bett. Wenn einige Mitglieder der Mephistikus wirklich die Kräfte entzogen werden, dann könnten wir diese doch aufbewahren. Was genau meinst du damit? Früher war es normal, entzogene Kräfte an Squibs weiterzugeben, damit die Magie nicht verloren ging. Dazu braute man einen bestimmten Trank, der die Magie konserviert, und nachdem man den passenden Träger ausfindig gemacht hat, wurden die Kräfte übertragen, ähnlich wie bei einer Transplantation von Organen. Diese Übertragungsart ist, soweit ich weiß, seit Grindewalds Zeiten nicht mehr angewandt worden, weil er einfach irgendwelche Zauberer die Kraft gestohlen und auf sich übertragen hat. Das ist nur zum Teil richtig. Grippock hat mir erzählt, dass nie ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Übertragung von Magie verbietet. Der eigentliche Grund, warum es nicht mehr angewandt wird, ist einfach nur der, dass es seit damals keinen Tränkemeister mehr gegeben hat, der den notwendigen Trank hätte brauen können. Harry lächelte Severus vielsagend an. Der zog nur die Augenbrauen hoch. Wollte ihm sein Kleiner damit etwa zu verstehen geben, dass er ihm diese außerordentliche Leistung zutraute? Noch ehe Severus danach fragen konnte, wurde ihm von Harry schon das Notizbuch gereicht. Ich habe das Rezept aus einem Buch in meinen Verlesen. Es ist wirklich ein sehr aufwendiger Trank, aber ich denke, für dich sollte es möglich sein. Severus las sich das Rezept durch und stockte. Es ist nicht nur schwer in der Herstellung, sondern auch in der Beschaffung der Zutaten. Einige müsste ich bestellen, das kann Wochen dauern. Aber das eigentliche Problem ist, dass man die Milch eines Testrals braucht und... Harry hatte nur darauf gewartet. Freudestrahlend überreichte er seiner Lieblingsfledermaus eine kleine Fiole. Ist das... Harry... Wie... Dem Tränkemeister fehlten die Worte. Es war schon ein kleines Wunder, an die Milch eines Einhorns zu kommen, aber Testralmilch? Das war einfach unglaublich. Severus war dermaßen verblüfft, dass ihm sein Gestotter gar nicht weiter auffiel. Als Riffraffs Mutter gesehen hat, dass mir Streunerins Mutter Milch gegeben hat, wollte sie nicht nachstehen und hat mich aufgefordert, ihr auch welche abzunehmen. Sie meinte, wir würden es schon sehr bald brauchen können. Willst du damit sagen, du verstehst die Sprache dieser Tiere? Nein, nicht direkt, aber sowohl Einhörner als auch Testrale sind dazu in der Lage, Gefühle zu übermitteln. Und daraus habe ich dann eben Schlüsse gezogen. Und um deine nächste Frage zu beantworten, alle magischen Pferde und pferdeähnlichen Wesen können in die Zukunft sehen, nur sind die Zentauren die einzigen, die ihr Wissen früher mit den Menschen geteilt haben. Wenn du so weitermachst, lerne ich in diesen Ferien von dir mehr, als du in den letzten fünf Jahren von mir. Harry lächelte und wurde leicht rosa, was Fawkes und Hedwig zu amüsierten Gurren brachte. Sag mal, hast du das Buch, in dem dieser Trank steht, zufällig hier? Es steht in dein, unserer Wohnung. Wenn du willst, kann ich Dobby bitten, es zu holen. Nein, danke. Ich muss ohnehin vorher die Bestellung für einige der Zutaten aufgeben. Es reicht, wenn ich mir das Buch dann ansehe. Du könntest die beiden ältesten Weasley-Jungs bitten, dir einige der Zutaten zu schicken. Bill ist im Moment wieder in Ägypten und über Gringotts dauert die Lieferung nicht so lange. Und Charlie hat gelernt, mit einigen Drachen so umzugehen, dass sie ihm Schuppen und Krallen freiwillig geben. Ich denke, so ist die Wirkung auch besser. Gute Idee. Dann werde ich das morgen gleich machen. Wie bist du eigentlich auf diese Idee mit den Scripts gekommen? Ganz einfach. Schau dir mal Filch an. Er ist ein erwachsener Mann und muss sich von Elfjährigen auf der Nase herumtanzen lassen. Und das nur, weil er nicht zaubern kann. Denn ich denke, er wäre auch mit Sicherheit nicht so gemein, wenn er nicht ständig vor Augen gefüllt bekommen würde, was er alles nicht kann. Und so geht es sicher vielen Scripts. Außerdem wäre die Magie dann nicht verloren. Allerdings müsste es dann wohl eine Art Erwachsenenförderung geben oder so etwas. Severus konnte dem nur zustimmen. Auch er fand es nicht besonders klug, einen Magier, der nicht zaubern kann, mit einer ganzen Schule Puppantierender zusammenzubringen. Dass da nur Hass entsteht, war klar. Vielen Dank. Vielen Dank.